Herzlich willkommen beim sechsten und vorletzten Teil der Reise Karma durch die Kontinente und wir widmen uns jetzt dem sechsten Chakra und dem sechsten Kontinent, nämlich Nordamerika. Wir sind ja von Afrika über Australien, Asien, Südamerika, Europa jetzt schon raufgegangen und heute schauen wir uns eben so dieses dritte Auge an. Das dritte Auge hat oftmals so karmische Themen drinnen, wo man etwas nicht sehen will, nicht sehen kann, wo man das Gefühl hat, man kann nicht hundertprozentig zu seiner Intuition stehen, man wird für etwas verurteilt. Also das sind so Themen, die am dritten Auge haften und da ist es ganz gut, das immer wieder zu lösen. Erstens mal, um das Urvertrauen in die eigene Intuition wieder herzustellen und auf der anderen Seite dann natürlich auch eventuelle Denkblockaden oder belastende Muster da loszulassen. Und wir werden das wieder verbinden mit eben einer Karma-Löse-Reise. Das heißt, wir machen das wie bei den letzten Meditationen natürlich nicht alleine oder in Eigenregie, wir holen uns da Unterstützung. Und beim dritten Auge schauen wir mal, wer uns da begleitet. Da ist natürlich als Vertreter der Akasha-Chronik Erzengel Metatron da. Das heißt, du kannst schon mal deine Augen schließen, tief ein- und ausatmen. Und der Erzengel Metatron kommt jetzt im violetten Licht zu dir mit der Akasha-Chronik. Und das ist ja so das Buch, wo alles Wissen gesammelt ist. Stell dir den mal vor. Violette Energie, das Buch, die Akasha-Chronik. Und da geht es heute um das Kapitel Nordamerika und drittes Auge. Und ich bitte nun um Unterstützung aus der geistigen Welt von Kräften, von Energien, die mir helfen können, alle Themen, alle karmischen Themen, die mit meinem dritten Auge oder Stirnchakra zusammenhängen und die jetzt gelöst werden können, dass die auch gelöst werden. Und da kommt gleich noch eine Energie, die hat uns noch nicht begleitet auf diesen Reisen. Das ist Christus-Energie. In einem tiefen Rot, in einer tiefen Kraft. Und Christus stellt sich so gegenüber vom Metatron. Wenn Metatron vor dir steht, dann steht Christus so leicht hinter dir. Und der gibt dir jetzt so die Kraft, die Erdung, das Urvertrauen. Ich bin da, damit du deine Spiritualität, deine Intuition erden kannst. Ich bin an deiner Seite und ich stehe zu dir und hinter dir und ich werde dich begleiten. Wir haben also Metatron in Violett vor dir, Christus in kräftigen Rot hinter dir. Und wir haben Meister Saint-Germain in Violett zu deiner linken Seite. Die transformative Kraft, das Lösen, das Erlösern. Und wir haben Lady Portia, das Lösen von Beurteilungen und Verurteilungen. Ebenfalls in einem violetten Licht, vielleicht ein zarteres Violett, ist Lady Portia da. Sie löst deine Urteile, Beurteilungen, Verurteilungen. Und da geht es jetzt ganz klar darum, gespeicherte Glaubenssätze zu lösen. Und du lässt dich jetzt einfach mal in diese Energie von diesen Energien tragen, von Lady Portia, Christus, Metatron, Saint-Germain, Rot und Dunkelviolett. Und du erlaubst dir nun sämtliche Verbindungen, die du mit Nordamerika hast, auf der karmischen Ebene, aber auch sämtliche karmischen Bilder, die in deinem dritten Auge sind, zu transformieren und zu lösen. Richte deinen Fokus auf dein drittes Auge. Und mach dir bewusst, dass Lady Portia bereits ihre Energie in dein drittes Auge fließen lässt, das Lösen von Beurteilungen und Verurteilungen. Bildlich wird alter Staub von deinem Auge gelöst. Alte Meinungen, alte, verkrustete Glaubenssätze dürfen sich da jetzt lösen. Und du spürst, wie dieses violette Licht dich ganz sanft durchspült. Und wie dein drittes Auge sich öffnet und immer klarer wird. Und wie das Licht von Lady Portia von deinem Stirnchakra durch deinen Kopf wirklich bis zum Hals, zum Nacken, zum Atlas durchfließt. Und dort alle Sätze mit Ich werde immer, ich werde nie, alle Glaubenssätze löst, die dich von deiner Intuition trennen. Und gleichzeitig erlaubt dir Christus, deine Autorität zu aktivieren. Deine Autorität hier auf Erden, deine positive Kraft, deine Durchsetzungskraft. Und nun dürfen sämtliche Manipulationsenergien, die mit Nordamerika zu tun haben, gelöst werden. Du kannst dir das wie eine Werbebotschaft vorstellen von einem Fastfood-Restaurant, das dir vorgaukelt, das Tollste zu sein. Oder die Werbung von einem Film, der dir sagt, das ist das coolste Erlebnis. Und so ungefähr werden jetzt Manipulationsenergien aus deinem dritten Auge gelöst. Es wird transformiert. und du wirst klarer und bewusster und du spürst, dass sich ein Schleier zu heben beginnt. Ein Schleier der Manipulation. Dies ist die Zeit, 100%ig in deine Kraft und Eigenverantwortung zu gehen. Wenn sich Manipulationsenergie löst, erlaube dir nun, sämtliche karmische Verbindungen mit Nordamerika zu lösen, die dich jetzt beeinträchtigen. Und erlaube auch, dass vielleicht über Mettadran oder Saint-Germain auch Bilder kommen aus diesen karmischen Verstrickungen. Vielleicht bist du mal gescheitert. Vielleicht ist es dir nicht gut gegangen. Egal, welche Bilder da sind, lass sie hochkommen und von der violetten Flamme von Saint-Germain transformieren. Sehr gut. Und spüre jetzt mal, wie diese transformative Energie durch dich hindurch fließt und erlaube dir mal, einen Satz oder ein Thema herauszupicken. Vielleicht kannst du es formulieren. Vielleicht fällt dir ein Satz mit Ich werde immer oder ich werde nie ein. Vielleicht fällt dir nur ein Wort ein. Dann erlaube dir dieses Wort oder diesen Satz zu formulieren und übergib diese Energie dann der violetten Flamme von Saint-Germain. Und wenn du diese Energie dann so schon mal übergeben hast, dann atme mal tief ein und wieder aus. und tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt mal, wie sich dieses Elemental löst in der violetten Flamme. schau dir noch mal zu, übergiebe es bewusst und lass es jetzt wirklich transformieren. Und du spürst jetzt eine tiefe Klarheit und eine tiefe Reinigung und dieses reinigende, strahlend weiße Licht breitet sich jetzt noch weiter aus. Auf der einen Seite bist du natürlich gut geerdet durch Christus auf der anderen Seite, aber breitet sich dieses weiße Licht aus und Metatron nickt dir zu. Er transformiert gerade nordamerikanisches Karma und Karma, das mit deinem dritten Auge zu tun hat und lädt dich aber ein, gleich noch eine Stufe höher zu gehen in dein Scheitelschakra oder Kronenschakra und damit auch mit Themen der Antarktis. Und in diesem weißen Licht der Transformation spürst du auch, dass karmische Themen, die mit der Antarktis zusammenhängen, jetzt gelöst werden. Und auch karmische Themen, die mit deinem Kronenschakra zu tun haben. Wann immer dir deine persönliche Verbindung mit dem Göttlichen genommen würde, das wird jetzt transformiert und auch erneuert. Deshalb ist Christus auch heute da, um deinen Kontakt zu deinem inneren Licht, Licht zum Höchsten zu stabilisieren. Damit du dir bewusst machst, nach dieser Reinigungsreise, nach diesen Transformationen, darfst du dich wieder als geistiges Wesen wahrnehmen. Dein Lichtkörper wird aktiviert, wenn du so möchtest. Und in diesem Bewusstsein, in dieser Klarheit, wird nun auch alles aus deinem Scheitelschakra oder Kronenschakra gereinigt, was deine Verbindung zur höchsten Quelle einschränkt. Glaubenssätze, Zweifel, Unsicherheiten, persönliche Erinnerungen. Alles, was zur Blockade wird oder geworden ist, wird nun transformiert und darf sich lösen. Atme da mal tief ein und wieder aus und spüre jetzt diese transformative Kraft. Erlaube dir jetzt ganz in deine Stabilität zu gehen und in deiner spirituellen Würde einen Neubeginn zu schaffen. Einen Neubeginn als bewusstes, energetisches Wesen, das hier inkarniert ist. frei von Manipulationen, frei von Außeneinflüssen und das ganz klar spürt, dass in diesem Augenblick viel alte Energie zurückgelassen wurde und du gehst jetzt in deinem Licht, in deinem Bewusstsein, in deiner Klarheit und bittest noch mal darum, dass Vergangenheit transformiert wird, abgelöst wird von dir, die letzten Verbindungen, Vernetzungen. und du atmest mal tief ein und wieder aus und du spürst, dass du in einer positiven, klaren Energie wieder in dein Alltagsbewusstsein geführt wirst. Du spürst die verankerte Christusenergie und bedankst dich. Du siehst, wie Saint-Germain die violette Flamme der Transformation dir zur Verfügung gibt und bedankst dich bei ihm. Du siehst auch, dass Lady Partia, die dich durch diese Reisen geführt hat, bei dir ist und dich leitet, wann auch immer du feststeckst in deinen Glaubenssystemen. Und du bemerkst das Metatron, die entsprechenden Stellen in der Akasha-Chronik umschreibt, transformiert und du bedankst dich auch bei ihm für die Reisen. Und du atmest tief ein und wieder aus, bewegst mal deinen Körper und erlaubst dir dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. streckst dich durch und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück und öffnest deine Augen und fühlst dich klar und entspannt. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Du siehst, wir haben jetzt von der geistigen Welt, das hatte ich jetzt auch nicht so geplant, aber wir haben jetzt die Antarktis, also die siebte und letzte Reise auch zusammengenommen. Das wurde mir so gesagt, das soll so laufen von der Meditation her und nachdem das ja spontan und live ist, dann mache ich das auch so. Das heißt, damit haben wir so diesen Zyklus Reise durch die Kontinente vollendet. Wenn du noch nicht alle Teile gemacht hast, dann schau sie dir an, du findest sie alle dann bei mir am Kanal und ja, ist jetzt eine sechsteilige Reihe. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich freue mich auf deine Kommentare und wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erini Dein Oliver Erini